Dieser zum Kauf angebotene 4-Zimmer-Bungalow befindet sich im Kreis Eichach-Friedberg. Dieses Haus wurde im Jahr 1975 erbaut und 2010 saniert. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über drei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 903 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 179 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 449.500 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017